Hallo, hier ist Timon Krause, Mentalist und heute erkläre ich euch die Technik des Ankern oder des Ankerns, Anchoring auf Englisch. Ankern ist eine Technik aus der Hypnotherapie, wird auch im neurolinguistischen Programmieren benutzt, wo es eigentlich um eine Neukonditionierung eurer Stimulus-Response-Systems geht. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass ihr euch eine bestimmte Reaktion auf einen bestimmten Stimulus antrainiert. Funktioniert folgendermaßen, oder ich gebe euch vielleicht jetzt mal den Hintergrund. Wenn wir einen Stimulus haben, gehen wir mal ganz weit zurück, evolutionär, wenn wir einen Stimulus haben, wir sehen einen Säbelzahntiger, dann werden wir darauf eine Reaktion ausprobieren. Zum Beispiel, ganz vereinfacht, wir gehen auf den Säbelzahntiger zu und denken, süßes Kerzen streicheln und unsere Hand wird abgebissen. Das Feedback auf unsere Reaktion ist jetzt deutlich negativ. Das nächste Mal, wenn wir den gleichen Stimulus wieder sehen oder wieder erfahren, werden wir wahrscheinlich eine andere Reaktion ausprobieren und uns von diesem Stimulus weggetrieben fühlen. Wir gehen nicht nochmal hin, weil sonst unsere Hand wieder abgebissen wird oder Schlimmeres. Mit einem positiven Stimulus funktioniert das ganz ähnlich. Wenn das Feedback auf unsere Reaktion positiv ist, werden wir nächstes Mal die gleiche Reaktion wieder ausprobieren. Und diese Stimulus-Response-Beziehung wird immer weiter verstärkt. Wenn ihr zum Beispiel mit jemandem auf ein erstes Date geht und das ist ein schönes erstes Date, dann ist das Feedback auf eure Reaktion, das ist eben Stimulus, euer Date, ihr habt euch getroffen, Feedback positiv. Nächstes Mal, wenn ihr wieder hingeht, fühlt ihr euch schon positiv, wenn ihr diesen Stimulus, also euer Date, wieder erfahrt oder wieder seht. Dieses gleiche Stimulus-Response-System können wir uns zunutze machen, um uns selbst bestimmte Reaktionen anzutrainieren. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr sucht euch eine Emotion aus, die ihr euch antrainieren wollt. Ihr manipuliert quasi gleich eure eigenen Emotionen. Sucht euch eine Emotion aus, die ihr antrainieren wollt. Zum Beispiel Selbstbewusstsein oder Freude oder Euphorie. Jetzt sucht ihr euch drei Erinnerungen, weil ihr euch halt nicht, wahrscheinlich nicht in die richtige, echte Situation begeben könnt. Und sucht ihr euch drei besonders klare Erinnerungen, in denen ihr dieses Gefühl gefühlt habt. Also vielleicht drei Erinnerungen, in denen ihr euch selbstbewusst gefühlt habt. Jetzt entscheidet ihr euch, was der Stimulus sein soll, der diese Emotion bei euch auslösen soll. Vielleicht sagt ihr, der Stimulus soll sein, dass ich meinen Zeigefinger und meinen Daumen aufeinanderpresse. Kann alles Mögliche sein, am besten ein Stimulus, den ihr bewusst auslösen müsst. Wenn ihr sagt, atmen ist der Stimulus, naja, ihr atmet die ganze Zeit. Das heißt, diese Stimulus-Response-Beziehung wird wahrscheinlich nicht besonders stark oder gefestigt sein, weil es einfach ein Standard-Stimulus ist, besser ist, was ihr bewusst machen und auslösen müsst. Jetzt geht ihr hin und ihr zieht euch erstmal in die erste Erinnerung, so tief es möglich geht, rein. Das heißt, ihr stellt euch vor, was ihr gesehen habt, was ihr geschmeckt habt, was ihr gehört habt, was ihr gefühlt habt und was ihr gerochen habt. Stellt euch das genau, so genau es geht vor. Ihr könnt euch da ruhig pro Erinnerung zwei, drei Minuten Zeit für nehmen, um wirklich ein klares Bild vor eurem inneren Auge zu erscheinen. Sobald ihr die Erinnerung ganz klar habt, versucht ihr das Gefühl des Glücks oder des Selbstbewusstseins, was ihr da gefühlt habt, in euch aufzurufen. Sobald ihr das Gefühl so stark wie möglich in dem Moment fühlt, löst ihr euren Stimulus aus. Das wiederholt ihr zweimal mit weiteren Erinnerungen. Irgendwann wird sich der Effekt einstellen, dass, was ich jetzt gemacht habe, ist, ihr habt die Reaktion oder ihr habt das Gefühl gefühlt und den Stimulus dahin zugefügt. Was ihr jetzt merken werdet, ist, dass irgendwann es reicht, dass ihr den Stimulus auslöst, um die Emotionen relativ leicht nach oben zu holen. Ihr macht das also mit den drei Erinnerungen, sollte so 10, 15 Minuten dauern, dieser Prozess. Danach müsst ihr es ein paar Mal üben. Jetzt setzt ihr euch das hin und ihr lasst euren Mind einfach blank, euren Geist einfach blank werden und ihr sagt, okay, ich löse jetzt den Stimulus aus und ich versuche dieses Gefühl, so schnell es geht, so stark es geht, in mir aufzurufen. Und ihr werdet merken, dass jedes Mal, wenn ihr das übt, es immer leichter wird und das Gefühl immer intensiver wird. Ihr müsst es vielleicht so fünf, sechs Mal üben. Für die nächste Woche oder zwei Wochen übt es einfach morgens, übt es abends. Irgendwann ist diese Stimulus-Response-Beziehung so stark, dass es reicht, den Stimulus kurz auszulösen, um automatisch dieses Gefühl des Selbstbewusstseins oder des Glücks oder der Freude oder sogar der Trauer, das habe ich mal für eine Show gemacht, für eine Show musste ich mich mal traurig fühlen, habe ich also Trauer bei mir selbst geankert, in euch auszulösen. Und so könnt ihr eben auf die Schnelle eure Emotionen manipulieren. Und desto öfter ihr es macht, desto öfter ihr es übt, desto einfacher wird euch dieser Prozess auch fallen. Ich hoffe, ihr habt was dran. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.